Gemeinsam mit Google und Freenet waren wir auf der CES in Las Vegas unterwegs. Und was haben wir da in unserer Hosentasche dabei? Richtig, das Google Pixel 8 Pro. In diesem Smartphone steckt so viel und heute gucken wir uns gemeinsam die Kamera an. Und die ist richtig gut. Schaut euch mal diese Low-Light-Performance mitten im Casino an. Oder tagsüber bei Sonnenschein, den Himmel erkennt man perfekt. Drei Kameralinsen sorgen dafür, dass du richtig nah heranzoomen kannst und die Qualität leidet darunter kaum. Und das steckt alles in einem Smartphone. Selbst beim wackeligen Laufen hilft dir der Bildstabilisator und deine Videos werden immer gut. Das alles sind Standardeinstellungen. Wenn du dich mit der Kamera noch mehr austoben willst, dann gibt es noch viel mehr zu entdecken. Schau mal hier, diese zwei Frauen haben sich bereit erklärt, mit uns ein Selfie zu machen. Und jetzt können wir uns dafür entscheiden, dass wir einfach eine dieser Frauen ausschneiden. Im Fotoeditor geht das. Auswählen und schwupp, weg ist sie. Hol dir jetzt das Gerät.